So, Sie wollen ja bei uns die Ausbildung machen zum Medienkaufmann, Digital und Print. Genau, ich wollte schon immer was mit Medien machen, bin sehr heimatverbunden und wollte deshalb auch in der Region... Ich bin doch fertig. Opa, ich hab doch gesagt, um 14 Uhr abholen, ne? 13. Ah ja. Ja, und wo ist jetzt da die Druckerei? Opa, hier gibt es nicht nur Druckerei, man kann ja auch in Vermarktung, in Medienproduktion, zum Vertrieb, zur IT oder als Mediengestalter arbeiten. Ja, und das mache ich ja da, oder? Hunde, Fokus, Freizeit-Revue. Das ist doch mein Lieblings-Säfli, da mache ich doch immer ein Kritzwort-Rätsel. Fließgewässer mit zwei Buchstaben. Ja, aber es gibt auch digitale Medien wie Cyberport, Xing oder HolidayCheck.de. In steil. Au. 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 Fließgewässer mit zwei Buchstaben. Aber was ist jetzt? Hättest du Ausbildungsplatz? Ich würde sagen, er ist gekommen, um zu bleiben. Also, es ist unangenehm mit zwei Buchstaben. Du?